wir sprechen heute über ein thema das so hier auf dem kanal glaube ich schon lange nicht mehr gab wir machen heute in der story time story time über das thema haut über das thema haut screening und über das thema eben haut thema eben hautkrebs und da ich als recht hellhäutige person da einiges zu sagen habe rollen wir die geschichte von hinten auf ihr wisst dass ich vor über einem jahr meine pflege umgestellt habe mich ein bisschen mehr mit dem thema haut auseinander gesetzt habe ich bin jetzt aber auch schon über 40 also ich habe mit 40 angefangen regelmäßig sonnenschutz zu tragen dass das zu spät ist wissen wir alle aber so möchte ich das gar nicht ausdrücken auch mit 40 kann man anfangen regelmäßig sonnenschutz zu tragen um eben das aufzuhalten was da schon in gang gekommen ist ich war sehr sehr lange der meinung dass sich die haut bezüglich sonne daran gewöhnen kann das letzte was ich halt an erfahrungen mitbringen konnte dass es tatsächlich so dass die haut nicht ganz so schnell rot wird wenn du hat einen guten vitamin d spiegel hast das ist definitiv fakt aber und da gibt es so viele irrtümer und die finde ich auch immer wieder auf meinen kanälen vitamin d schützt dich nicht vor uva strahlung uva strahlung macht alt uva strahlung ist auch da wenn es draußen gewölkt ist die uvb strahlung macht braun und die uva strahlung macht alt weil sie eben zerstört und da habe ich immer wieder gesagt bekommen auch unter meinen videos ja sonnencreme die gab es früher auch nicht und wieso sollte man es jetzt tun und ich nehme noch vitamin d ein oder ich nehme noch astaxantin ein beim astaxantin habe ich ja ein video gemacht und das war mir ganz wichtig dass ich das video mache eben weil es immer wieder so leute gibt auf meinem kanal die sich da verirren und dann behaupten astaxantin sei gut bei sonnenbrand und so zum einen wenn du astaxantin einnimmst hat noch nicht mal diese benefits für die haut du musst das astaxantin auf die haut auftragen das ist schon mal das erste das zweite ist astaxantin ist ein richtig gutes antioxidant das ist definitiv klar und kann deine sonnencreme noch stärker machen aber es ersetzt keine filter und das muss man halt auch wissen und ich bin ganz froh dass ich irgendwann mal durch die chenya die ich ja auch schon unwahrscheinlich lange gucke eben auf das thema gekommen bin ich habe mich früher mal gefragt so warum trägt sie denn regelmäßig sonnencreme auf das macht doch überhaupt keinen sinn und so also ich habe das auch unwahrscheinlich lange geklauft in meiner kindheit war es so also man hat mich halt einmal von kopf bis fuß eingecremt wenn man baden gegangen ist und dann war es das also je häufiger du dann irgendwie schwimmen gegangen bist desto mehr war natürlich der sonnenschutzwerk und so wirklich nachgecremt habe ich vielleicht arme und beine vielleicht und der rücken und das sieht man heute bei mir ganz stark der wurde oftmals verbrannt den habe ich ganz oft nicht eingecremt eben und da habe ich auch die allerschlimmsten ja leberflecke also ich bin übersehen von oben bis unten mit mutter malen das ist ganz 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 krass selbst hier also mutter malen die dann auch eben regelmäßig wachsen durch meinen vater habe ich halt einfach eine haut vererbt bekommen die recht empfindlich ist und das war eine sache die ich lange lange zeit nicht eingesehen habe weil ich einfach immer das käseweißchen unter allen anderen freunden war und das habe ich halt nicht akzeptiert na ich wollte auch braun sein die ersten braunen richtig knacke braunen menschen die ich kennengelernt habe aber noch recht klein sind regelmäßig damals immer nach iris kriech zum baden gegangen und das waren das waren zwei töchter dann die mutter war auch so braun der vater nicht so und die waren so krass braun und ich wollte ja auch so braun werden dass das nicht geht ist ja wohl logisch na und da habe ich den ein oder anderen sonnenbrand schon richtig heftig einkassiert kann mich noch gut dran erinnern also dass die haut halt zwar nicht so stark verbrennt war bei mir dass da eben schon eine wunde entstanden ist aber dass die haut so abgegangen ist und so das hatte ich schon auch öfter mal und dass ich jeden also du musst dir das so vorstellen dass deine haut ist nicht so dass du einen sonnenbrand hast und den sonnenbrand überstehst und alles ist weg jeder sonnenbrand wird sich gemerkt und irgendwann mal wirst du solche hautprobleme bekommen dass du das eventuell auch nicht mehr unbedingt herleiten kannst zumal eben ein übermäßiges sonnenbaden ohne sonnenschutz eben alt macht es hat dieses ding mit astaxantin wo man halt wirklich oftmals hört ja wenn du das einnimmst reicht es schon aus und es gibt so viele so viel irglauben da draußen den ich eben zum teil auch bis letztes der auch noch geglaubt habe und das ist ganz 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 krass schmier dich bitte regelmäßig mit sonnenschutz ein also wo es bei mir regelmäßig drauf kommt das heißt jeden tag einmal ist im gesicht weil im gesicht kannst du keine kleidung drüber ziehen das ist schon mal das erste dein gesicht ist immer der uva und der uvb strahlung ausgesetzt und wenn du jemand bist wie ich der eben mit hochwertigen inhaltsstoffen experimentiert dann muss so oder so sonnenschutz aufs gesicht und nehm 50er erschreck dich von diesem 50er nicht das war früher zu meiner zeit auch immer so du bist ja ein weichei wenn du dich mit 50 ein kämst so wenig wie möglich es gab noch dieses könnt ihr euch daran erinnern die älteren von euch wahrscheinlich schon dieses tiroler nussöl das war eine richtig extrem schlimme sache das war das hat gestunken nach kokosnuss das war abartig und es hatte vielleicht noch ein lichtschutzfaktor von fünf oder so das war halt echt nichts so hat einfach gar nichts also hat man geguckt immer so wenig möglich lichtschutzfaktor zu verwenden um dann ja auch ja noch braun zu werden das war eine richtig wichtige sache das ging bei mir sogar auch so weit dass ich als jugendliche dann regelmäßig ins solarium gegangen bin und dass das bei so einer hellhäutigen person wie mir jetzt nicht wirklich passt wenn sie so braun wird das könnt ihr euch vorstellen oder ich habe dann nach dem solarium einmal bekannte getroffen und die haben mich nicht so angesprochen frei nach dem motto bisch aber braun geworden sieht echt gut aus sondern das war so dieses negative so es war schon so ein bisschen entsetzt und es war auch tatsächlich so ich habe halt eben wenn ich brauner werde das merke ich auch wenn ich so selbst brauner auftrage ich habe so einen orangenen ton in der haut das sieht nicht schön aus das sieht definitiv nicht schön aus ich bin halt wie gesagt nicht dazu gemacht so braun zu werden durch die einnahme von vitamin d ist meine haut schon nicht mehr so empfindlich geworden vitamin d wie auch astaxanthin entsetzt er entsetzt aber niemals sonnenschutzfilter das musst du dir einfach merken es macht die haut zwar widerstandsfähiger das ist schon klar und das astaxanthin muss man eben auch auftragen auf die haut beim vitamin d ist es was anderes also da kannst du es durchweg einnehmen auf der haut hat vielleicht nicht so die große wirkung das macht die haut definitiv schon widerstandsfähiger das habe ich früher schon gemerkt früher war es bei mir so als sie noch lange nicht so einen vitamin d spiegel hatte dass ich schon recht frühzeitig rot geworden werden und jetzt durch den hohen vitamin d spiegel der die nicht so schnell rot zumal ich eben immer eingecremt dann ja so wenn ich irgendwie weiß ich bin eine längere zeit draußen werden hat die arme eingecremt das gesicht so oder so und ich trage durch meine kompressionsstrumpfe meistens eh lange hosen also bin ich meistens gar nicht eingecremt es ist eben wichtig dass man sich dessen einfach bewusst ist dass jeder sonnenbrand jede sonnenbräunung eben ein stress für die haut ist das ist eine reaktion von der haut und du hast das sicher schon mal gesehen so menschen die extrem braun sind die haben auch eine super alte haut die angestellte die damals ich glaube es war sogar die eigentümerin von einem sonnenstudio die hatte eine zeit lang so ein tick dass die sowas von braun war und dann war sie es plötzlich nicht mehr gott sei dank also die war richtig lieb das war richtig ledrig schon und das sah halt auch nicht schön aus fakt ist eben auch dass all das also diese vielen sonnenbrände und diese sonnenbaden im solarium das ging bei mir schon eine richtige lange zeit eigentlich auch dass das eben sonnen also sonnenschäden bei mir auf der haut ausgelöst hat das ist halt immer so und ich habe diese sache damals nie wirklich so für richtig ernst genommen durch das dass mir als kind schon zwei muttermale weg gemacht wurden und ich mir da nie irgendwie erst dabei gedacht hatte ich hatte für so eine hautärztin die mir da irgendwie auch keine angst machen wollte war das für mich auch nie so der faktor was da jetzt eigentlich getestet wurde nur bei einem mutter mal und das hatte ich mir eben durch mein übermäßiges sonnenbank baden eingefangen das waren mutter mal an meinem knie und es war wirklich nur ein paar millimeter groß aber den konntest du beim wachsen zuschauen das war richtig gruselig das war richtig gruselig und da habe ich auch ärger bekommen vom chirurg warum ich so lange gewartet habe um das weg machen zu lassen also das war vielleicht in zu hoch kommt das war keine fünf millimeter groß es war vielleicht drei millimeter oder zwei millimeter groß aber die haben mir glaube ich wirklich so eine narbe ans knie gemacht war gut sei dank nichts wirklich aber das war für mich ein gruseligen gruseliges ereignis also da muss ich schon sagen also den mutter mal konntest du zuschauen ich habe auch auf meinem fußrücken ein mutter mal das irgendwie immer größer wird aber das habe ich beim letzten hautscreening auch angucken lassen und das war nichts du kannst ein hautscreening je nachdem bei welcher krankenkasse du bist entweder jedes jahr oder alle zwei jahre machen bei mir ist es alle zwei jahre ich muss mir nochmal beim hautarzt nachfragen ob das wirklich nur alle zwei jahre erst weil ich glaube ab 30 ändert sich das und ich bin jetzt wie gesagt alle zwei jahre immer gegangen und habe ich von kopf bis fuß abchecken lassen und da musst du ein bisschen zeit mitbringen ja also wenn du so aussiehst wie ich weil ich habe nicht nur zwei muttermale lass es also mindestens 1000 also zusammen zählt ich bin überseht und dass das der hautarzt wirklich wirklich kontrolliert angucken muss das könnt ihr euch vorstellen also ich habe einfach die erfahrung gemacht beim letzten screening war ich bei meinem hausarzt weil ich beim hautarzt kann termin gekriegt habe und der kann das zwar auch machen aber der hat einfach nicht das merken einfach der einfach nicht dieses dieses hintergrund wissen was halt eben auch der hautarzt hat und da muss sich der schenya einfach recht geben du kriegst zum teil beim hautarzt erst in einem halben jahren termin und ich werde jetzt nächste woche mir für anfang nächstes jahr dann auch ein termin wieder machen eben für das haut screening um einfach mal wieder von oben bis unten durch gecheckt werden zu lassen muss aber erst mal fragen wann mein letztes haut screening war ich glaube es war letztes jahr aber ist es spielt auch keine rolle und das ist eine sache die man einfach regelmäßig machen sollte kommt von dem gedanken runter ihr müsst schön braun sein und euch schön in die sonne legen und so was ich auch immer wieder höre ist ich nehme keinen sonnenschutz weil ich genügend vitamin d tanken möchte der gedanke ist an sich nicht falsch und an diesem gedanken habe ich mich früher auch immer aufgehängt fakt ist in europa ist es einfach so dass du nie genügend sonne und vitamin d tanken wirst der dr raimund von helden erklärt ist auf seinem kanal recht gut du müsstest exakt in der mittags sonne müsstest du in die sonne gehen es reicht ja also nicht wenn du abends nach dem arbeiten vier fünf im sommer mal schön zum baden gehst und so die sonne reichte erst recht nicht mehr aus sondern du musst und ab zwölf ist die sonne so von wie sagt man vom winkel her dass man hat eben vitamin d auf tanken kann und dann ist es trotzdem noch nicht so dass es ausreichend ist sprich du kommst in deutschland nie in einen richtig guten spiegel und bis dazu verpflichtet vitamin d zu supplementieren also supplementier vitamin d und mach dir keine gedanken darüber was der sonnenschutz alles bei dir abdeckt das ist an sich ein guter gedanke stimmt aber so nicht weil ohne sonnenschutz du niemals richtig genug ja vitamin d tanken würdest also der sonnenschutz hindert dich da auch nicht dran es gibt inzwischen und da möchte ich euch auch noch mal ein bisschen zu in die hinsicht sensibilisieren ich habe vor einem jahr angefangen jetzt ist mir das thema mikroplastik ja unwahrscheinlich wichtig es gibt immer mehr marken die sonnenschutzprodukte rausbringen ohne mikroplastik die im riff tauglich sind sozusagen ich werde euch mal ein paar marken unten in die infobox packen von denen ich aber nicht sagen kann wie gut sie sind die werde ich selber erstmal noch testen ich habe sogar eine creme gefunden die eingefärbt ist das ist eine mineralische creme wie gesagt ich kann nicht sagen ob die sachen gut sind aber so ein sonnenschutzprodukt hat seinen preis finger weg von den produkten aus der drügerie was ich sehr 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 traurig ist wenn ich das jetzt schaffe blende ich euch das produkt mal ein ist dass der dm ganz stark gerade mit dem thema nachhaltigkeit wird dm ist recht nachhaltig auch der rossmann ist recht nachhaltig aber sie sind keine keine heiligen in dem bereich sie also dm hat einen sonnenschutz rausgebracht der geht mal in die richtige richtung aber du wirst schon so ein bisschen veräppelt in der richtung also in diesem sonnenschutzprodukt ist zwar kein mikroplastik enthalten aber nanopartikel und nanopartikel sind genauso schlimm wie mikroplastik und da wird der endverbraucher so ein bisschen verarscht in der hinsicht es wird aber auch in der zukunft immer mehr marken geben die eben dieses mikroplastik also dieses flüssig plastik nicht mehr in in sich tragen und das war bei sonnenschutzprodukten ganz schlimm also passt bitte immer noch bei produkten die hast der drügerie kauft immens auf ich bin immer noch an der dran dass das jetzt glaube ich meine dritte oder so oder meine vierte ne meine dritte und die werde ich mir in der hinsicht auch nicht mehr nachkaufen weil die hat dann doch gegen ende hin so ein bisschen geweißelt ich habe da ein paar produkte die mich irgendwie interessieren weil fakt ist kauft ihr ein produkt was ein bisschen höher skaliert ist das ist jetzt 50 aber ich kann von der halt nie genügend auftragen das heißt du sollst ein gramm auf dem gesicht auftragen dann hast du den perfekten schutz und diesen lichtschutzfaktor wenn ich davon ein gramm auftrage wenn ich weiß das geht halt nicht ich habe ja schon gesagt ich habe vier narben an mir die eine narbe die da am knie war da konnte ich halt wirklich sehen wie das muttermal wächst und das war wirklich das war schockierend und wie der chirurg eben im nachhinein bei mir darauf reagiert hat gemeint warum haben sie so lange gewartet und ich habe in erster linie habe ich gar nicht verstanden was will der eigentlich von mir hat mich voll zusammengeschissen aber es war halt dieses weil es hat eine stark problematische stelle war und der verdacht war sehr 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 groß weil das muttermal sehr schnell gewachsen ist und das ist halt eben auch so ein anzeichen dafür ich habe dann am rücken zwei stellen und da bin ich ganz froh dass ich den rücken meistens nicht sehe aber mein rücken ist halt übersät mit muttermalen und da hat man schon zwei weggemacht und am bauch und da war ich noch recht klein da hat man eins weggemacht halt ich habe noch ein fünftes zwischen den brüsten war auch eins das hat man auch weggemacht genau und das verläuft halt einfach so ab dass du entweder zu einem chirurg ist mein jetziger hautarzt schneidet selber weg mein erster hautarzt hat also ich bin meine hautärztin mein allererster hautarzt der hat es auch selber weggeschnitten mein zweiter dann wieder nicht mehr und das läuft so ab das wird betäubt die stelle die ist dann immens dieser wirklich taub du merkst halt die schneiden daran rum und nähen daran rum und damit hatte ich irgendwie nie so wirklich probleme die stelle darüber berichtet dass eben stellen bei ihr waren wo es dann blöd mit dem bewegen war und so mein chirurg war gleich so schlau und hat mir eine schmerztablette mit gene gegeben da habe ich mich noch gewundert warum die habe ich auch nicht gebraucht und mehrere wundpflaster also die habe ich dann gleich mit dazu bekommen weil du musst halt einfach gucken was eine riesen wunde dann an einem körper und die also das pflaster darf halt nicht weg gehen und ich kann mich nicht mal daran erinnern wie lange das jetzt war dass ich die fäden dann in mir drin hatte die muss natürlich irgendwann gezogen werden da konnte ich mich aber wie gesagt nicht mehr so wirklich dran erinnern wie lange das war die schenya berichtet von zwei wochen das könnte hinkommen mit dem verheilen hatte ich wie gesagt nie probleme aber du musst dir eins vorstellen wenn so ein mutter mal an dir rausgeschnitten wird das bleibt eine narbe ja auch wenn das irgendwie genäht wird und so das ist eine narbe und das muss halt einfach nicht sein wenn du ein bisschen mehr auf deine haut aufpasst und schlauer bist als ich und einfach ein bisschen mehr aufpasst gerade wenn du so knapp über 20 bis jetzt das ist gerade das alter wo man eben aufpassen muss und oftmals denkt ach das brauche ich jetzt nicht und so aber das ist genau das alter wo du einfach irgendwo mehr aufpassen muss du kannst auf alle pflegeprodukte dieser welt verzichten aber trag sonnenschutz auf ich merkte es immer wieder dass eben zuschauer sich da wirklich schwer tun oder sich dagegen wehren aber du wäschst doch morgens dein gesicht und möchtest dich ein creme und anstatt eine tagestream zu verwenden verwende doch irgendwie so eine creme das ist das beste was du irgendwie machen kannst und ja ich werde euch auf jeden fall mal unten in der infobox ein paar sonnenschutzprodukte einfach mal verlinken wie gesagt ich kann nicht sagen ob die gut sind also es gibt jede menge produkte da draußen und viele sind halt nicht so gut und ihr wisst ja mir ist das thema mikroplastik in der kosmetik ein sehr sehr wichtiges thema dass ich selbst dieses wie sagt man dieses diese einstellung bezüglich duftstoffen hinten anstelle ja also wenn ein produkt duftstoffe hat aber kein mikroplastik dann probiere ich das trotzdem weil das immer noch besser für die umwelt ist als alles andere und ich eben ein hauttyp bin der extrem hell ist und die tatsache zu sagen ja früher hat man ja auch keine sonnenschutzprodukte gebraucht früher wusste man hat noch nicht so viel bescheid über die thematik das ist eine sehr sehr gefährliche einstellung diesbezüglich jeder ist für sich selber zuständig das müssten wir eigentlich alle wissen ja aber ihr werdet nie sowas bei mir auf meinem kanal sagen hören ihr werdet immer von mir gesagt bekommen schützt euch passt auf euch auf nur weil man jetzt noch jünger ist und gar nicht mit diesen spätfolgen und es gibt spätfolgen rechnen möchte aber die spätfolgen müsst ihr nicht haben ich habe so viele menschen in meinem bekanntenkreis die eben krebs erkrankt oder an krebs gestorben sind selbst aus meiner familie sind menschen an krebs gestorben so weit muss man es definitiv nicht kommen lassen ne und hautkrebs ist eine sache die halt eben genauso schwerwiegend ist und da wir unsere umwelt so immens geschädigt haben sind wir heute einer höheren uva und uvb strahlung ausgesetzt als es noch vor jahren waren also man kann das nicht miteinander vergleichen das ist halt auch so ein thema ich melde mich an der stelle immer wieder ab bedankt mich bei dir fürs einschalten schön dass du heute dabei warst es war ein besonderes video wie siehst du das ganze thema sonnenschutz etc trägst du sonnenschutz schon regelmäßig auf schreibt mir das gerne unten mal in die kommentare ich sage danke fürs einschalten gibt mir doch einen daumen nach oben falls dir mein video gefallen hat ihr wisst mein abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut tschüss wir sehen uns beim nächsten mal